Meine Herren, haben die ein Glück. Natürlich eine tolle Tat wieder von Dil Yasha, dass er da die Finger noch drankriegt, aber dass er an die Latte geht und wieder rauskommt. Jetzt aber, da ist er! Endlich! Und Nassim holen sich eine Minute später. Endlich! Wie verdient ist das denn? Nassim Bujelab mit dem 1 zu 0. Nassim Bujelab mit dem langen Flakkenwechsel auf Gola. So ein wiederholter Mal ist er durchgekommen, diesmal mit dem flachen Ding und Bujelab eingelaufen. Weder Cana noch Amade haben aufgepasst. Und dann macht er das Ding, dass der Schiedsrichter eben gerade noch weg ist.